hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und ich habe heute mal wieder das eine spiel crossing void das habe ich schon mal gespielt ich habe es mir gerade runtergeladen ich bin mir nicht sicher ob das das spiel war was ich nicht angekriegt habe und ich weiß jetzt auch gar nicht wie lange die ladezeit war oh sega ah jo das war das spiel was ich nicht spielen konnte ich spiele jetzt sicher ein bisschen was ist da los mit mir heute normal bin ich in solchen spielen gut so das war eine runde und nochmal schon merken wo welche sind was die hier war gar nicht dabei sehen die nicht alles so ein bisschen gleich aus nochmal ich schaffe das noch besser was so 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 Okay. Ich kann nicht mehr. Mein Kopf. Was ist nur los? Das ist das Schöne beim Hochladen. Also bei diesen Spielen. Du kannst nebenbei noch Memory spielen. Das ist die Frau. Das ist die schwarzhaarige. Äh. Was hat die hier? Oh, super. Super. Das war schon besser, oder nicht? Boah. Das kann. Noch ne Runde. Weil gleich geht das Spiel Südso nicht. Die habe ich doch gesehen. Nein. 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 Nächste Match. Komm. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Nein. Nein. jetzt aber fertig ein bisschen kopftraining beim wach werden schon wieder alles vergessen das war die nein wie kann man sich die am besten merken die kann ich daran gut merken dann ins kleine zapf piece braun guckt schwarz guckt blitze schwarz mit stange schwarz mit lupe weg ich frag grad dann überlegen wie ich das nächste spiel machen kann so eine mist ich bin mal gespannt ob das spiel jetzt hier geht wenn ja dann ja wenn nein dann nein damals ging es nicht weiter wie hier ok ok start oh es geht es geht Sounder machen oh wir haben es schon geschafft na gut jetzt müssen wir erstmal hier ich glaube das habe ich doch schon mal gespielt krokko krokko hey ich bin fertig ich bin fertig na gut ich mache hier mal stop ich denke mal das spiel kommt morgen sowieso wieder dann können wir morgen weiter schauen wie es geht also dann ich gehe mal jetzt hier auf so tickelsticket abgeben vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen tschoo 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 oh well okay und